Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Arena Battle 2 Part und wir sind nach wie vor hier in der Liga unterwegs und ja, wir haben in letzter Zeit in den letzten Parts einige Teilnehmer gesehen, die ja nicht ganz so weit gekommen sind in der Liga, aber zuletzt auch Dominik, der so einige Abzeichen holen konnte. Marcel, unser heutiger Gegner, ist jemand, der beides hinter sich hat. In seinem ersten Versuch ist er direkt an uns gescheitert, in seinem zweiten Versuch konnte er sich zwei Abzeichen holen. Das heißt, eventuell gibt es jetzt eine weitere Steigerung im dritten Run. Was allerdings die ersten beiden Runs gemeinsam haben, ist, dass er gegen uns gescheitert ist. Und jetzt versucht er seinen ersten Kampf direkt gegen uns. Und das wird natürlich sehr hart, besonders deswegen, weil er das exakt gleiche Team mit dabei hat. Und ich glaube, wir hatten ihn zuletzt ziemlich zerstört, meine ich, mit Kapuriki und Raichu. Ich glaube, mehr Pokémon hatten wir gar nicht benötigt, weil die einfach komplett eskaliert sind, also gerade Raichu. Und deswegen wird es für Marcel sehr, sehr schwierig werden. Auf der anderen Seite sieht es bei uns auch extrem krass gut aktuell aus. Wir haben fucking sieben Siege in Folge. Und das ist die längste Siegeserie, die ich im Arena Battle 1 und Arena Battle 2 geschafft habe. Im Arena Battle 1, in der Unlicht-Arena, im Arena Battle 2, in der Käfer-Arena. Aber darüber hinaus bin ich nie gekommen. Das heißt, auch für mich ist das jetzt hier ein richtig, richtig wichtiges Spiel, um meinen Rekord zu brechen. Und das dann auch noch in der Top 4, wo es, glaube ich, eine so lange Siegeserie noch gar nicht gab. Ich meine, wir hatten auch noch nicht viele Top 4s. Und René, Blocki und Chuck können da natürlich noch nachziehen. Oder Hudl als Champ. Wäre natürlich auch mega krass, wenn er irgendwie acht Champs-Siege in Folge gewinnt. Dazu müssen die Teilnehmer aber erstmal hinkommen. Und das muss Marcel jetzt schaffen. Wir treten abermals mit unserem Capuriki und Raichu-Team an. Das heißt, er hat den Vorteil, er kennt unser Team schon. Wir kennen aber auch sein Team schon. Ich dachte mir, für Marcel suche ich jetzt nicht extra noch ein neues Team raus. Er hat ohnehin schon den Nachteil mit dem Typen. Von daher ist das alles im Sinne der Spannung, denke ich mal, wenn er da das ein oder andere Set schon kennt. Zumal Riki und Raichu ja, glaube ich, die einzigen Pokémon sind, die er gesehen hat. Ja, demzufolge würde ich sagen, springen wir einfach mal rein. Die Teams sollten wohl bekannt sein. Auf geht's. Genug gelabert. Let's go, meine Freunde. Let's go. Und es geht gegen Marcel. Sein letzter Run, wenn er nochmal gegen uns verlieren sollte, dann war es das. Er liebt dieses Mal mit Austausch, was ich nicht so ganz verstanden habe, weil Austausch möglicherweise ja mit Focus Code und so gespielt wird. Und demzufolgen können wir jetzt einfach easy peasy auf die Kehrtwände drücken. Und wenn wir die Kehrtwände drücken, dann haben wir die Robustheit gebrochen, können Alola Raichu reinbringen, riskanterweise natürlich. Deswegen könnten wir auch lieber auf Voltenzo oder so zurückgreifen, weil damit würden wir den Angriff senken und wir wären sehr schnell unterwegs. Deswegen könnte auch sein, Friendzone gehe ich. Ja, stimmt. Okay, Friendzone hat natürlich nichts zu befürchten gegen Austausch. Das ist klar. Austausch geht ja auch direkt auf Eisbär, was nicht die allerschlechteste Wahl ist, finde ich. Denn sowohl Voltenzo als auch Raichu wäre eine Option gewesen und die hätten dann richtig guten Damage gefressen, weil Austausch auch ohne Hausbruch natürlich einen akzeptablen Angriff hat. Und wir sehen es hier, gegen Magneson macht es ungefähr 50 KP Schaden und wir resisten das und haben ziemlich gute Verteidigungswerte. Demzufolge hätte das sehr weh getan, aber sein Plan geht leider nicht auf. Wir haben Magneson drin und können jetzt natürlich auf den Donnerblitz drücken oder die Lichtkanone. Ich wähle aber die Triplette. Stimmt, ja klar, weil er Zumpax hat und Zumpax hätte beides resistet. Das heißt, ich habe hier eher mit Zumpax gerechnet. Er geht aber raus in Anego, was die Triplette sogar resistet. Dadurch machen wir natürlich gar keinen Schaden. Wir sind außerdem auf der Triplette gewalt. Wir hätten natürlich auch irgendeine Statusveränderung bekommen können. War uns jetzt aber leider nicht vergönnt. Und deswegen muss ich rausgehen in meine spezielle Wall und er hat damit die Möglichkeit, erstmal in aller Ruhe seine Tarnsteine zu legen, die uns jetzt nicht mega hart treffen, außer Rotom. Und das ist immerhin eine unserer defensiven Walls. Aber Tarnsteine sind nie schlecht. Gerade bei Pokémon, die so oft wechseln wie wir mit Kehrtwende, Voltwechsel, machen wir das ja sehr gerne. Deswegen die Tarnsteine für ihn schon ziemlich wichtig. Und wir gehen auf den Nassschweif. Leider Gottes drückt er hier auf Schutzschild, um nochmal Giftschleim hochzuhallen und so weiter. Und sieht unseren Nassschweif. Und der wäre physisch gewesen, plus sehr effektiv. Und Zapplerang des Angriff ist nicht ultra schlecht. Das hätte immensen Schaden gemacht. Aber leider Gottes hat er es gesehen. Die Überraschung damit also futsch. Und ich drücke daher auf die Kehrtwende, weil mir klar war, okay, ich werde rausgehen. Ihm war das wahrscheinlich genauso klar. Und er geht auf Rotom. Dadurch bekommen wir Bollenhem-Schaden. Wechseln jetzt unser Rotom ein, was dann direkt aber auch Tarnsteinschaden frisst. Ich meine, mit den Überresten können wir uns wieder ein bisschen hochhalten. Aber im Grunde ist das schon mal ein Schaden, der nicht ganz so angenehm ist. Aber wir spielen ja auflockern. Wir können die Tarnsteine also wegmachen. Und das gegnerische Rotom sollte uns gar nichts können. Denn selbst wenn das Elektrofeld draußen gewesen wäre, profitiert es davon nicht, weil es ja schwebt. So, jetzt kommt Anego rein, was ein ziemlich cleverer Move ist. Denn ich selbst drücke auf Auflockern. Das heißt, die Tarnsteine sind weg. Anego kann jetzt aber zum einen entweder angreifen, falls wir drinbleiben und nochmal auf Auflockern drücken. Oder einfach wieder die Tarnsteine legen. Da hat er eigentlich nichts zu verlieren, wenn er einfach easy auf die Tarnsteine drückt. Deswegen gehe ich hier raus und versuche wieder Druck zu machen. Und Friendzone ist da, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, weil ich hier einfach auf die Lichtkanone drücken kann. Und die wird auch an den Sumpex, was das resistet, ganz gut Damage machen. Natürlich müssen wir danach wieder rausgehen. Aber Chip-Damage ist erstmal nicht unwichtig. Und Sumpex ist ein sehr gefährliches Pokémon. Oh! Ich drücke nicht auf die Lichtkanone, sondern predikte irgendetwas. Sumpex? Falls Sumpex... Warum dann Kapuriki? Ähm... Der kam ist schon ein bisschen her. Warum gehe ich hier raus in Kapuriki? Habe ich irgendwas predicted? I don't know. Auf jeden Fall bleibt an Nego drin. Und ich gehe mit Kapuriki wieder raus. Ich habe es nicht ganz verstanden, was ich hier vorhatte. Ehrlich gesagt. Ähm... Ich denke, Lichtkanone wäre das Beste gewesen. Beziehungsweise dachte ich mir wahrscheinlich, okay, er kann jetzt auf Schutzschild drücken und dann gucken, was ich einsetze. Und das wäre nicht ganz optimal. Aber... Ich glaube, ich habe das Schutzschild vergessen. Wie dem auch sei. Wir haben jetzt Zappler-Rang gegen Rotom. Ihr könnt ja gerne die Live-Version immer gucken, ne? Da sind meine Züge, denke ich, hoffe ich mal, einigermaßen nachvollziehbarer als hier. Und Rotom outspeedet uns leider und geht auf Irrlicht, was, ja, relativ klar war. Und dadurch werden wir jetzt keinen allzu guten Schaden mehr machen. Können aber wenigstens den Bräunenhelm abschlagen. Und Goway frisst eine Menge Damage. Eine Menge Damage und wird sich mit dem Ubleithieb nicht mehr allzu gut hochhalten können. Deswegen... Ja... Die eine Wall wird von Tarnstein sehr gut getroffen. Die andere bekommt generell sehr, sehr viel Schaden aktuell. Das heißt, unsere Defensive sieht gar nicht mehr so gut aus. Und momentan macht das Marcel extrem gut. Und ich war bis zu diesem Punkt wirklich super überrascht, wie gut er das macht. Denn wir haben, trotz unserer massiven Offensive, gerade keine gute Gelegenheit durchzukommen. Und er setzt uns einigermaßen unter Druck. Ja, jetzt drücke ich auf die Kehrtwende und bring Alola Reitschü rein. Wurde auch langsam mal Zeit, dass Pancake hier in Aktion treten kann. Und ja, jetzt muss er halt richtig predikten. Und ich glaube, ich gehe erstmal auf den Donnerblitz. Er geht erstaunlicherweise rein in sein Quajutsu. Er hat, denke ich mal, den Psychoshock predicted. Aber ja, ich weiß nicht. Der Donnerblitz war mir einfach sicherer, weil der Psychoshock hätte gegen Anego, glaube ich, nicht gereicht, weil Anego sehr, sehr defensiv stark ist und Psychoshock nicht noch einen zusätzlichen Boost durch das Elektrofeld bekommt. Von daher war der Donnerblitz eigentlich wahrscheinlicher und ich denke, es wäre die bessere Wahl gewesen, wenn er in Subsex rausgegangen wäre. Da hätte aber auch wieder ein Strauchler kommen können, also vielleicht wollte er das einfach nicht riskieren. Letztendlich hat er Quajutsu dadurch verloren, aber verloren an sich ist dadurch noch nichts. Da kommt Agro Stella, was wir ja des Öfteren mittlerweile schon gesehen haben und das ist wahrscheinlich wieder ein Wahlband tragen wird und macht hier mit seinem Abschlag, der nicht Stab ist, auch ziemlich guten Schaden gegen Rotom. Ich selbst muss mit Rotom auch wieder direkt rausgehen oder gehe raus. Vielleicht habe ich wieder was predicted. Ich hänge gerade ein bisschen hinterher, was das Commentary angeht. Es tut mir leid. Ja, aber Rotom ist ziemlich down. Oh, ich glaube, habe ich den Wechsel predicted? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. I don't know. Auf jeden Fall sind beide jetzt drin, Kapuriki und Mega-Zoom-Packs und das ist ein Problem, weil Kapuriki eigentlich nicht allzu viel dagegen machen kann. Das heißt, ich kann nur auf die Kehrtwende drücken, muss dann sehr wahrscheinlich mein Rotom wieder reinholen, womit ich das Erdbeben halt abfangen kann, aber durch die Tarnsteine dann auch schon super down bin, keine Überreste mehr habe und nicht schneller bin als Zump-Packs. Demzufolge, ja, wird eines meiner Pokémon sterben. Ich gehe aber nicht in Rotom rein, sondern in Go-Way. Ist relativ egal, glaube ich. Ich glaube, mit Go-Way habe ich noch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, die Tarnsteine irgendwie rauszukriegen. Äh, aber, ja, ob das klappen wird, weiß ich nicht. Wir können Agro Stellar zum Beispiel outspeeden, also da wäre es durchaus möglich. So, ja, egal, was wir rein-switchen von den beiden defensiven Pokémon, eines wird sterben und so geht Zumpax hier auf die Kaskade und nimmt unser Zappler-Rang raus und damit, ja, gibt es nicht mehr allzu viele defensive Pokémon, aber wir haben ja noch unsere Offensive mit Pancake und Pancake kann jetzt theoretisch auf den Strauchler drücken, wenn ich nicht predikte, dass er hier rausgehen wird und so langsam aber sicher muss ich mal predikten. Ähm, ich glaube, ich kann aber relativ safe auf den Strauchler drücken, denn selbst wenn er in Anego geht, dann machen wir ein bisschen Schaden, es ist nicht viel, aber ein bisschen und danach können wir ziemlich safe auf den Psychoshock gehen, denn er hat kein Quajutsu mehr, was das immunisieren kann, demzufolge Psychoshock easy, let's go. Er kann aber natürlich nochmal in aller Ruhe Schutzschäden und das ist wichtig, dass er hier Schutzschild spielt, denn zum einen kann er sich damit immer wieder hochreilen, zum anderen kann er unsere, ähm, Attacken so ein bisschen scouten und er kann damit auch noch das Elektrofeld abklingen lassen und das ist jetzt hier der Fall. Ähm, mit Pancake gehe ich jetzt raus, weil Anego theoretisch schneller sein kann und, äh, deswegen ziehe ich es lieber zurück, gehe in Friendzone rein, Friendzone hat überhaupt nichts zu befürchten vor Anego, aber ihr merkt es selbst schon, Zumpax und Anego ist eine ungünstige Kombination und er switcht hier auch raus und zwar in Austaus und das ist natürlich etwas ungünstig für ihn, denn Austaus kann gegen uns gar nichts machen und deswegen muss er Austaus auch direkt wieder zurückholen und geht jetzt rein in seinen Zumpax, wogegen wir nicht allzu viel machen können, die Lichtkanone wird resistet, aber trotz mit Wahlglas-Analyse sollte das ganz guten Schaden machen und ja, die nächste Lichtkanone wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich reichen und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir dann gegen Anego und Austaus rein switchen können und auf die Lichtkanone drücken und wahrscheinlich alle Pokémon eliminieren würden. So, jetzt gehen wir rein in Rotom, weil das Erdbeam natürlich klar war, dennoch mit Rotom können wir nicht outspeeden, Zumpax ist zwar nicht das allerschnellste Pokémon, aber unsere defensiven Walls outspeedt es dann doch letztendlich und damit fällt auch unsere zweite Wall und wir haben jetzt nur noch die Offensive und so ein bisschen Magneton, was aber natürlich nicht allzu viel austeilen kann. So, jetzt war ich so ein bisschen Zwiegespalten, gehe ich hier auf den Set-Sturzflug, um es safe zu töten oder versuche ich meinen Angriff zu pushen, indem ich auf den Set-Eishieb, also Set-Spiegel-Träg gehe und Eishieb kopiere, was ja neutral treffen würde und ich glaube, ich gehe jetzt hier auf den Spiegel-Träg, weil natürlich auch ein Wechsel kommen kann. Klar, teile ich dann kein Damage mehr aus, aber ich bin dann auf Plus 2 und sollte jedem Pokémon wirklich, wirklich gefährlich werden und da Kapuriki jedes Pokémon outspeedet, war das meines Erachtens der Play. Ja, ich bin jetzt auf Plus 2, ich kann auf den Stromstoß gehen, kriege das Elektrofeld, den Elektrofeld-Bonus-Boost, wie auch immer und kann damit Rotom One-Shot rausnehmen, es war natürlich schon ungedamaged, aber ja, so ein Rotom ist halt schon sehr, sehr defensiv. Jetzt kommt sein Zumpax rein und jetzt wird es endlich Zeit, dieses Zumpax zu besiegen, es spielt 4 zu 4, ich gehe auf den Sturzflug, bin auf Plus 2 und demzufolge sollte das gegen Zumpax auch reichen. Ich denke, das war nicht die klügste Wahl, weil, ja, Zumpax wäre schon noch wichtig geworden, zumindest gegen Magnuson, aber die Frage ist natürlich, was soll er sonst reinwerfen? Austausch wäre eine Möglichkeit, weil Austausch eventuell noch Eisspair besitzt, eine Prio-Attacke, plus ich den Rückstoßschaden durch den Stromstoß bekomme und deswegen, davor hatte ich jetzt auch Angst und gehe deswegen raus in Magnuson, weil ich Kapuriki mit dem Elektrofeld auf jeden Fall noch brauche, das heißt, Kapuriki darf nicht sterben, bedeutet, wenn er direkt mit Austausch reingegangen wäre, hätte ich mir schon hart überlegt, möchte ich einen potenziellen Eissplitter, eine Prio-Attacke abbekommen, plus Rückstoßschaden, der auch nicht so ganz un, äh, unwenig ist, ja, ich weiß es nicht, da hätte ich auf jeden Fall hart überlegen müssen, so war die Entscheidung für mich leicht, Kapuriki darf nicht sterben, ich muss rausgehen, das Risiko ist sonst zu hoch, äh, und kann, wie gesagt, in Friendzone reingehen, sehr interessant, dass er hier die Explosion drauf spielt, und das könnte theoretisch auch ein sehr guter Move gewesen sein, denn, dadurch opfert er Austausch zwar, aber, wenn er jetzt rausgegangen wäre, oder mit einer anderen Attacke angegriffen hätte, dann hätten wir richtig viel Damage drücken können, so opfert er sich selbst und nimmt unser Magneson mit raus, ja, das heißt, uns bleiben noch drei Pokémon, und ihm bleiben, glaube ich, auch noch genau drei Pokémon, oder zwei, ich bin mir nicht ganz sicher, aber eines davon ist Agrostella und unser Kapuriki ist schon ziemlich, ziemlich down und durch die Tarnsteine können wir es auch nur noch einmal einwechseln, das heißt, auch das Elektrofeld ist mittlerweile wirklich sehr beschränkt vorhanden, und er hat eben noch Pokémon, wie, äh, beispielsweise, ähm, Anigo, was dann eben auf Schutzschild noch drücken kann, und das so ein bisschen abklingt, Ich wechsle jetzt hier hart raus, weil theoretisch der Bunker hätte kommen können, und dieser Bunker wäre alles andere als geil gewesen, denn dadurch wären wir vergiftet worden und wären gestorben, ich gehe raus in Jurani, aber Jurani stirbt durch den Mülltreffer, Agrostella hier wieder sehr offensiv gespielt, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber das war auch nicht ganz so wichtig, denn Pancake soll abermals der Matchwinner werden, und es ist ein 2 vs. 2, und Pancake drückt jetzt hier auf den Donnerblitz, und der Donnerblitz gegen Anigo reicht, das ist nicht allzu verwunderlich, schwierig wird es jetzt gegen Anigo, denn ich selbst weiß jetzt gerade nicht mehr, wie viele Elektrofeldrunden noch bestehen, aber Anigo kann halt einmal noch auf Schutzschild drücken, und kann damit eventuell das Elektrofeld abklingen lassen, dann kann ich aber immer noch auf Riki rausgehen, das Elektrofeld rausholen, und dann habe ich genug Runden, also eigentlich sollte hier nichts mehr schief gehen, eigentlich sollte Pancake hier mit dem Psycho-Shop wieder in den One-Shot landen, wie schon im Match davor, und genau so ist es, das Elektrofeld endet noch nicht, wie gesagt, ansonsten wäre es geendet, wäre ich jetzt auf Riki rausgegangen, Riki wäre gestorben, und dann wäre Raichu reingekommen, und hätte das Ganze beendet, so gewinnen wir, aber unfassbar knapp, also beide Pokémon nur noch so um die 20, 30 KP, und nach Tarnstein hin und her wechseln, wären die beide absolut im roten Bereich gewesen, und absolut am Limit, und deswegen ein absolut gutes Spiel, das Marcel hier vollbracht hat, er hat mich unglaublich unter Druck gesetzt am Anfang, seine Defensive hat er wunderbar eingesetzt, also mit Anego und Zompex, ich bin da nicht durchgekommen, ich habe teilweise mich vielleicht auch nicht getraut, die richtigen Moves einzusetzen, teilweise habe ich es aber auch einfach nur falsch predicted, indem ich auf Triplatte gegangen bin, beispielsweise um Zompex hart zu treffen, dann kam aber Anego, wodurch das alles nichts gebracht hat, sein Agro-Steller auch mal wieder sehr gut gewesen und hat mein Voltenzo einfach rausgenommen, wie gesagt, war letztendlich nicht mehrdernd, weil Voltenzo eh dazu gedacht war, entweder komme ich rein und kann ganz guten Schaden machen, ich wollte dann sowieso mit dem Voltwechsel rausgehen, auf Raichu im Optimalfall, oder ich sterbe halt, und wenn ich sterbe, dann kann Raichu halt so reinkommen, von daher war das nicht großartig relevant, aber, dass Agro-Steller so offensiv gespielt wird, das habe ich da schon in den vergangenen Parts gesagt, das finde ich sehr cool, und demzufolge wirklich auch nochmal meinen Respekt für dich, Marcel, sehr, sehr starkes Spiel, und bei dem starken Team, oder gegen das starke Team, war das schon eines der knappesten Matches, und das, obwohl du im Typ ein Nachteil warst, und beim letzten Mal so zerflatterst, zerflattert wurdest, da sieht man mal wieder, selbst wenn es gleiche Teams sind, es können komplett andere Ergebnisse bei rumkommen, letztendlich hat es aber nicht geklappt, dafür würde ich zwei Gründe nennen, zum einen natürlich, Wasser ist nicht gerade der stärkste Typ für die Liga, zum anderen wurde hier aber auch gar nicht durchgeswitcht, es war dreimal dasselbe Team in allen drei Runs, dadurch kannten einige Leiter, so wie ich, ich habe eben zum dritten Mal gegen dieses Team gekämpft, ich kannte das nachher auch einfach schon, und da wären sicherlich die ein oder andere Überraschungen, vielleicht sogar gar nicht schlecht gewesen, man hätte sich vielleicht auch noch einen Ticken besser auf Elektro oder so vorbereiten können, Fragezeichen, Fragezeichen, I don't know, aber insgesamt würde ich wirklich sagen, das war eine sehr respektable Leistung, zwei Abzeichen hast du dir geholt, und einmal das Elektro Top 4 Mitglied fast besiegt, ja, von daher, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen Marcel, für dich war es das leider in der Liga, aber wie gesagt, ich denke, dein Auftritt hat sich gelohnt, es war sehr schön, die Kämpfe anzusehen, und ich hoffe natürlich, dass man sich dann im AB3 wieder sieht, an der Stelle dann vielleicht auch direkt mal die Info zum AB3, ich werde ja, oder werde seit das AB2 läuft schon sehr oft gefragt, was mit dem AB3 ist, es wird ein Arena Battle 3 geben, ja, die Anmeldephase dafür wird irgendwann kommen, dann wird es ein Video auf diesem Kanal geben, es wird auf Twitter dazu Informationen geben, auf Discord und so, ihr werdet das auf jeden Fall nicht verpassen, wenn ihr hier weiter am Ball bleibt, aber bis das kommt, dauert es wirklich noch eine ganze Weile, das AB2 muss erstmal zu Ende gehen, und danach wird es auch erstmal eine etwas längere Pause geben, weil, ja, nach 200, 250 Parts, wie auch immer, wie viele auch immer wir am Ende haben werden, braucht man dann vielleicht auch mal ein bisschen eine Pause, und dann soll es in neuer Frusche dann weitergehen mit dem AB3, deswegen, es wird kommen, Anmeldephase dazu, wird es geben, aber das dauert alles noch, deswegen, braucht ihr erstmal nicht weiter nachfragen, ich werde gerade auch am Ende des AB2 da sicherlich nochmal genaueres zu sagen können. Okay, das war es mit Marcel, und das war es tatsächlich auch mit unserem achten fucking Sieg in Folge, und das ist wirklich, hätte ich nicht gedacht, und das haben wir größtenteils wirklich diesem übertrieben starken Team zu verdanken, und das ist, ich habe es am Anfang, glaube ich, im ersten oder zweiten Match gesagt, im Live-Kampf, dass ich mich mit diesem Team nahezu unbesiegbar fühle, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich damit irgendwann mal verlieren kann, weil, ich hätte auch nicht gedacht, dass Elektro so stark sein kann, aber dieses Team funktioniert so unfassbar gut, und, ähm, ja, mal schauen, ob die Siegesserie weiter anhalten wird, ein paar Kämpfe sehen wir mit dem Team noch, aber auch das dritte Team, äh, ist schon sehr, sehr nah, deswegen, freut euch drauf, und jetzt machen wir erstmal weiter mit Kampf Nummer 2, beziehungsweise war es das für heute schon, denn, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, heute gibt es nur einen Solo-Part, ausnahmsweise mal, morgen dafür wieder ganz normal zwei Kämpfe, aber das hat jetzt sonst nicht so gut zusammengepasst, deswegen, wundert euch nicht, ähm, es würde einen 2-Part geben, aber es gibt nur einen, deswegen ist hier auch heute leider Gottes Schluss, aber ihr habt ja sonst auch noch die Live-Version, in die ihr reingucken könnt, und beim nächsten Mal machen wir mit diesem Kampf weiter, Blocky gegen Lukas, das Rematch, Lukas hätte ja eigentlich gewonnen, ähm, hat es, äh, den Sieg dann aber aus der Hand gegeben, deswegen freut euch schon mal auf dieses Match, wie das ausgehen wird, könnt ihr dann morgen sehen, und, ähm, ja, von daher, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sehr gerne ein Däumchen nach oben da lassen, und bis zum nächsten Mal, und morgen dann nicht wundern, wenn der Part auch ein bisschen komisch ist, weil ich hab den Kampf gerade schon aufgenommen, und, ähm, ja, dachte halt, das wäre der zweite Part von heute, deswegen nicht wundern, wenn ich morgen noch über Marcel rede, ne, von daher, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, und tschüss. Vielen Dank. 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 ...